Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde um Minecraft Overgrowth, genau, es ist Overgrowth, es überwächst einfach alles, es ist Regrowth, ich habe mal kurz überlegt, vielleicht ist es nicht so schlau, jetzt Thaumium, äh Thaumium, genau, Thaumcraft umzufangen, du fällst mir auf, auch ein weiteres Sapling, die Sapling Raid ist ein bisschen für den Arsch, ich könnte aber mit den Oaks Sapling das weiter probieren, weil ich kann die beliebig transformieren, und ich habe fast keine Flaschen mehr, Clay Chars, die mache ich mal ganz kurz nach, ähm, die konnte man Clay nochmal herstellen, das ging ja auch irgendwie mit den, ähm, Sensen, Clay, Wasser und Erde, okay. Na, wir machen mal so ein Viertel Stack, 16 Wasser, Wasser und Erde, zack, das sollte auf jeden Fall dann reichen, ich gebe mal kurz das Tischlein, für die nächste Zeit an, ähm, Fläschchen, so, 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 wollen wir noch für die Thermolailies, damit wir noch was zu tun kriegen, ein paar Lava Eimer, naja, was heißt, paar, zwei Stück halt, Drei Mal, Zwei Mal, Äh, Woh, daraus habe ich keinen Tisch, gell? Wollte ich hier noch was geben, 1, 2, 3, Oh, geht die dazu wirklich aufgesammelt? Hallo? Ach nee, du hast schon, du aber nicht. Und ich fülle es noch, so. Gut, da wird das ja mal ein bisschen befeuert. Kann ich noch mal eine Glade schauen. So, hoch, habe ich noch einen Holtz. Holtz. Gut, äh, genau, was ich eigentlich sagen wollte, machen wollte. Gut, 3,5 Minuten sind vergangen und ich komme jetzt jetzt zu, zu dem, was ich sagen wollte. Ähm, König the world was, gell? Ne, Schmann. Ach, ich bin auch so dumm. Ähm, What the world is built from? So. Das ist vielleicht einfach hier einfach mal weitermach. Ähm, Und vielleicht da dann weiterkommen. Ich würde nämlich persönlich gerne mal auf Diamanten kommen. Sofern das machbar ist. Das bräuchte ich denn da alles. Das ist, so eine Descense of Diamonds zuerst. Charcoal Block, 48 Stück. Äh, na gut. Gut, ich brauche mehr Höfen. Eindeutig. Machen wir einfach nochmal drei Schweizer Räte dazu. Charcoal Block, 48. Gucken wir hier einen hin. Aber wenn ich den hier hin mache, kann ich die Kiste nicht mehr öffnen, gell? Äh, puh. Nein, ich habe keinen Platz, mangel, schaut nur so aus. Hallo, würdest du mal kaputt gehen? Danke. So. Da kann ich keinen hinsetzen. Ah! Hier kann ich aber hinsetzen, warte. Machen wir das so und drehen wir den nochmal um. Damit es hübscher ausschaut. Hier werden die Clay-Dinger ja gerade gemacht. Dann machen wir noch ein paar Dup, dup. Dann ist jetzt drei, glaube ich schon. Ja, ich benutze gerade Charcoal, um Charcoal herzustellen, aber dann, boah, ein Funktioniert eh. So, machen wir das Ganze so. Gibt zwei Köpfe, keine Ahnung, bräuchte ich da mal mit rein. Krass, die Kobbel zurück. Gut, dann werde ich halt jetzt Charcoal-Blöcke sammeln. Gut, was brauche ich noch? Charcoal-Blöcke ist Floral-Cyan-Powder. Floral-Cyan-Powder. Zyran, Zyran, 48 waren es, oder? 48, 24 von denen. So, falsch, geht gleich mal den machen können. Ach nee, konnte ich das nicht sogar einzeln schon mal reinschicken? Man muss das mit bedingen. Dann Cole sind 16, und Opsi-Essenz 8. Warte. Cole ist 16, Opsi 8. Opsi, das ist Opsi, Ja. Opsi, und Cole, wo habe ich denn Cole hin? Ach da. 16. So. Schau. Dann Strong-Essenz 12. Ach, ich habe noch genügend davon. Ich dachte, ich muss jetzt hier halt mehr. Strong-Essenz in 12. Da fehlt gerade nur Charcoal-Blöcke. Gut. Hier ist eigentlich schon am Machen. Packe ich hier noch einen halben Stack rein. Kann ich hier noch vier dazu. Die andere Hälfte und nochmal vier dazu. Gletschers sollten auf jeden Fall mal die nächste Zeit reichen. Hoffe ich. Gletschers. Man kann hier nicht reinpacken. Sprich, das kommt in die Kiste. So. Und ja, Terras Steel kommt auch noch, weil es schon ein paar Mal gefragt wurde. Aber ich würde mich jetzt erst mal um meinen Diamanten kümmern. So, ich brauche habe ich gerade nichts. Ja, jetzt ist noch warten angesagt. Warten, warten. Davon habe ich hoffentlich noch genau. Wohl. 5 Stacks. Ne, aber ich noch mehr davon. Need more. Du, lulu. So. Brauche ich doch mehr davon, sicherheitshalber. Ich habe einfach deutlich mehr Zepplinge als von dem. Wow. So, das Holz kann ich da reinpacken. Die Zepplinge, die Oak-Zepplinge packe ich aber da drüben rein. Da brauche ich sie eher. So. Was macht eigentlich ich meine, mein Skeletfels, Skeleton, das ist langsam erwachsen. Gut, dann würde ich sagen, parallel dazu, schaue ich mal, was die Emeralds kosten. Ich brauche es jetzt nicht so dringend, aber das ist auch bestimmt ein bisschen komplizierter. Aber vielleicht mache ich was einfaches nebenbei. Was nehmen wir denn? Machen wir Cinnabar. Cinnabar Seeds. Cinnabar Seeds. Cinnabar. 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 Quicksilver von Thumbcraft. Da kriege ich da jetzt dran kommen. Das Shimmer Leaves. Shimmer Leaves. Hier komme ich an Shimmer Leaves. Shimmer. Scheiße. Es gibt kein Rezept für Shimmer Leaves. Okay. Na gut. Shimmer Leaves. Aber die finde ich doch nicht. Hier ist doch alles verdorrt. Oder? Gut. Dann nehme ich die halt mal nicht. Shimmer Leaves. Quicksilver. Aber es steht Agri-Kraft. Ja. Agri-Kraft. Ja. Dann nehme ich mal kurz was anderes. Amber. Amber. Braucht einfach nur Amber braucht Amber. Und wie komme ich an Amber? Amber Blocker Thumbcraft. Oder? Ich muss mich irgendwie verarschen. Jetzt habe ich gerade zurück im Kreis. Um Amber es jetzt herzustellen brauche ich ob ich sie mal von denen her auch Amber an sich. Da komme ich an die Amber Blöcke. Geht über Amber. Alternativ. Kriege aus Amber Essenzen. Hm. Es geht auch Nether Amber Oars. Oder Manor Infusion von Cinnabar. Kann ich Cinnabar noch irgendwie anders herkriegen? Manor Infusion von Amber. Ist also klar dass die beiden ineinander übergreifen. Das ist aber gut zu wissen. Wenn es bei euch eins habe, habe ich das andere automatisch auch. Kriege ich die Essenz noch irgendwie anders? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann kommen wir wieder hierher. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar fast einfacher Amber zu stellen, oder? Hier wird man dieses Nether Amber Oars angegeben. Müsse ich doch mal Nether schauen. Nether Amber Oar. Gut, dann führt langsam kein Weg mehr dran vorbei in Nether zu gehen. Und da ein bisschen aufzuräumen. Aber dafür soll ich doch noch ein bisschen besser ausgelostet sein. Gleich wird Terra Steel Terra Steel, yo. Terra Steel gar nicht so verkehrt. Zum Beispiel das Terra Blade vor allem. Und gegen ein bisschen auf Abstand zu halten. So, wie schaut's aus? Du bist natürlich komplett fertig. Das war mir fast klar. Ihr braucht noch ein Weilchen. Ihr braucht auch noch ein Weilchen. Na gut. Na gut. So, das Bäumchen ist auch fertig. Wird halt jetzt ein bisschen Gärtenarbeit sein, was ich hier betreibe. So. Alternativ kann ich jetzt schon was das hier braucht. Emeralds. Braucht Lime Powder. Auch wieder 12 Strongs jetzt in Bricks. Essence. 8 Gold. 8 Obst. Da kommt das. Holt schnell. 8 Gold. 8 Obst. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8. so dann mal mit dann wieder zwölf strong essen jetzt habe ich noch sieben vielleicht kümmere ich mich doch mal um super crafting tables so 34 mit vier muss ich glaube ich anfangen erst mal dann auch mal hier einzeln wie confused 1234 dann wohl eigentlich kann ich es dann klatschen wir es direkt hier drauf das war der week dann kommt der regular er habe nämlich viel ich brauche ich nur ein einziges aber ich brauche vier um zu ändern zu machen so davon jetzt kommt das strong okay schon mal sind jetzt noch drin ein paar da 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 so geht es auch irgendwie schneller so mit shift rechtsklick kriege ich mich ja zu tode hier so jetzt tauschen hallo baum und jetzt den hier ach stimmt ich hatte ja ein mehr ich habe mich gefragt warum ein übrig bleibt meine rechnung hat das gar nicht passieren dürfen aber klar einer musste noch übrig bleiben sondern noch vier weitere haben wir noch und jetzt abgeben wenn es mit jetzt noch die briggs die 8 und 40 briggs das heißt ich brauche wieder clay gut ist ganz klar ich habe verbraucht 48 heißt die beiden waren es kann es sich 12 von jemals wollen glaube ich nämlich jetzt nicht verrechnet habe 1 2 3 also noch ein kleid schauss machen ach gott so rum ja ich kann euch immer ein bisschen mehr rein tun egal da kannst du dir hier machen ach gott jedes mögliche scheiß so auf gott ich überziehe jedes mal wieder das ist unglaublich gut wir sehen uns dann nicht mehr wieder bis dahin und tschüss